Guten Abend meine liebe Freunde. Willkommen zu meinem Laden Aktuell. Mein Name ist Marina Reimann, ich komme aus Russland und seit vielen Jahren wohne ich in Berlin. Meine Landwirtschaft, mein Laden Aktuell, wir nennen Sachen, wir präsentieren die Sachen und ich möchte immer so gerne, dass es praktisch wird, tragbar wird, viel weniger Belastung am Sachen wird. Es muss auch schön sein, weiblich, sexy, es muss bequem sein. Ja klar, ich habe die Sache gelernt, ich habe Diplome und mein Laden ist nicht nur als Atelier, es ist auch ein Club. Wir treffen uns hier mit Frauen, wir reden, wir stellen uns mal vor, was wir tragen, wir fassen Stoffe ein, wir denken was getragen wird und dann es geht durch und natürlich gibt es Kollektionen, wir machen viele Kollektionen. Einmal, ganz überraschend für mich, ich habe einen Brief bekommen aus China. Ich bin geladen nach China zu Fashion Week. China hat mir so viel Emotionen gebracht. Oh mein Gott, ich habe nie gedacht, dass es so schön dort ist. Und dann dachte ich, wieso habe ich so kurze Zeit für mich genommen, wegen meinen Geschäftsführern. Ich bin verliebt einfach und ich habe es genossen. Ich habe sehr starke Erinnerung und Respekt zur ganzen Organisation, was sie da gemacht haben. Ich habe noch nie in Berlin sowas gesehen. Das war Dankeschön. Ich möchte euch Konk vorstellen, einer meiner sehr gute Bekannten. Vor einem halben Jahr haben wir geschehen und riskiert, zusammen etwas anzufangen. Ich genieße meine Bekanntschaft mit Konk. Attraktiver Mensch, sympathischer Mensch. Ich liebe Chinesen. Das habe ich immer gesagt. Ich habe meine Pläne, auch in meine Textilien das alles zu integrieren. Ich mache gerade sehr viele Sketzen und Proben. Ich möchte gerne so in Richtung 20er Jahre, 30er Jahre, Perlen und so. Textilien beschmucken. Ja, ich habe noch mehrere Pläne. Und wenn das funktioniert, ich denke, viele Leute freuen sich über die Sache. Es gibt Projekte, es geht nicht nur um Textilien, sondern auch Philosophie. Menschenpflanzen. Ich möchte mit diesem Thema einfach in der Zukunft arbeiten. Es ist so schön. Mein Traum ist wirklich, ich möchte so gerne nach China kommen. Und wann gibt es so eine Möglichkeit, genau das erleben, was ich schon mal im Harbin hatte? Das war gut. Vor allem Supermännchen, chinesische Menschen. Das ist, ich verstehe so gut. Ohne oder mit meinem schlechten Englisch. Wir haben uns absolut toll verstanden. Und so viele Chinesen sprechen auch Russisch. Das war mir eine Überraschung gewesen. Alles, was mit China zu tun gibt, interessiert mich. Die ganze Kultur. Zum Beispiel am 15. Februar wird neues Jahr und chinesisches neues Jahr. Ich plane hier eine Party, diese Silvester zu feiern bei mir. Vor allem, ich habe jetzt Hong und sie kann ein bisschen mehr erklären und dazu was bringen, von Kultur gesehen. Ich genieße es einfach. grey jetzt Diese Untertitelung des ZDF, 2020